So, ihr geilen Schnittchen, wir sind jetzt hier beim nächsten Indie-Titel, äh, Name des Titels, wie er oben, ah ne, seht ihr nicht, super, hart. Mega geil, ohne Spaß, das Konzept ist richtig cool und neu für den Shooter, und zwar passiert nur was, wenn du dich bewegst. Wenn du dich nicht bewegst, wie gesagt, seht ihr auch, bleibt das Spiel stehen. Ähm, die ersten Level sind dann noch zum Üben, ich hoffe, wir kommen jetzt noch in ein bisschen fortgeschrittenere Level, ich finde die Idee dahinter total genial. Jetzt ist er kaputt. Ne, doch nicht. Ja, das, 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 das habe ich aber ehrlich gesagt heute nicht so in der Pressekonferenz so schnell durchgucken können, durchblicken können. Aber jetzt sieht man's ja. Weil das ist ja, also immer wenn er schießt, bewegen die sich. Ne, immer wenn du, ja, wenn er sich bewegt, ja, ja, aber er darf sich drehen. Ja. Ist ja mega witzig. Das ist halt so, eher so ein taktisches Spiel. Interessant. Ist wirklich interessant. Aber was für Ideen manche Menschen kommen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ist total genial. Ist halt, natürlich ist es ein Shooter, aber auf eine andere Art und Weise gab es halt vorher so noch nicht. Ja, ist jetzt grafisch gerade nicht der Brüller, nur weiß und rot und schwarz, aber... Ja, aber wie gesagt, ist interessant. Kann man sich auf jeden Fall mal vielleicht angucken. Keine Ahnung, das wird wahrscheinlich so ein... Wie lang spielt man da, in zwei Stunden? Ja, aber ich glaube, also ich bin ganz ehrlich, wenn es rauskommt, ich könnte mir vorstellen, das ist zu Let's Play. Allein wegen der halt interessanten Idee bei dir, ne? Ja, allein wegen der interessanten Idee, ich finde es irgendwie cool. Ich meine, die Grafik ist halt, naja, da, mehr kann man dazu nicht sagen. Die Grafik ist vorhanden. Genau. Wow. Man kann erkennen, worum es geht. Aber Spielprinzip ist halt cool, weil es ist halt kein sinnvolles Rumgeballer, sondern man muss halt hart überlegen bei jedem Schuss. Ich bin gespannt, ob es halt abnutzt und so, also ich würde da gerne noch mal reingucken. Ich hoffe, das wird schwerer, weil das sieht gerade, ehrlich gesagt, nicht sonderlich schwer aus. Finde ich persönlich. Aber das wird mit Sicherheit noch deutlich schwerer werden. Gehe ich mal von aus. Ich hoffe doch, sonst wäre der Sinn des Spielsverschehen auch ein bisschen verfehlt. Das wäre ein bisschen öde, ja. Voll egal, super Kräfte, ey. Nur wenn ich mich bewege, bewegt sich da etwas anderes. Ja, das wäre... Also immer wenn ich mich bewege, bewegt sich bei mir auch etwas anderes. Wiggle, wriggle, wriggle, wriggle. Nee, nicht dadurch, Wiggle. Ah ja, alles klar. Ja, Brammen, beweg dich bloß nicht. Ha, ha, ha. Ja, okay, wir bewegen uns zum nächsten Stand. Hau rein. Wuhu!